Ich bin also heute der Vater des modernen japanischen Fußballs, aber ich weiß nicht, wer mehr gelernt hat, die Japaner von mir oder ich von den Japanern. Ich habe einen ekligen Charakter. Ich habe keine Geduld. Das ist für einen Pädagogen berufsschädigend. Ich habe ein hässliches Temperament und habe von ihnen Geduld gelernt. Ich habe mich nicht mehr gehen lassen. Ich habe niemanden mehr angeschnauzt, um ihn zu überzeugen. Führen heißt immer, überwältigen habe ich gelernt. Aber nicht mit der Gewalt der Positionen oder mit gewaltigen Mitteln, sondern mit dem Mittel der Überzeugung. Solange besser möglich ist, ist gut nicht genug. Wir haben versucht, es immer noch ein bisschen besser zu machen. Glauben wir es? Glauben Sie? Wir wollen nicht. Deswegen- Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020